Einfach aus dem Haus gehen und rumlaufen und dann findet ihr schon jemand. Tinnizu, gleich mit dir. Hä? Ich bin verwirrt. Welcher ist jetzt wer? Hey. Achso. Ich bin Tantiro. Kommt alle her. Ich bin Tantiro. Alle her. Stimmt. Alle her. Ich hab's doch nicht raus mit den Charakteren. Achso. Ähm, F11er, nee, F11er. F1. F1. F1 oder F2. F1 und F2. Danke. F2. Gucke ich gut? Ja. Perfekt. Perfekt. Wer ist Robin eigentlich? Was ist das da? Robin, Robin ist mein Bruder. Kennst du mich nicht? Ist mein Bruder. Nein, Niklas. Ich meine, was für... Was ist das? Das ist Inasky. Das ist Inasky. Ich soll das sein. Der Schweine. Achso, okay. Du kannst noch Mr. Oinknen. Ey, komm, ich brauch ein Gold. Einfach ein Gold. Wurden alle getötet. Alle tot. Giyotaro war aber viel zu schnell vor uns. Alle tot? Alle tot. Ja, ich auch. Ach, du Scheiße. Ich bin halt die Letzte, die gestorben ist. Einfach alle tot. Ich weiß, ich hab schon voll viele... Äh... Doch. Wie heiße ich nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Nesseko. Ich bin Niklas. Ich bin Detektiv. Das hat... Ah, Niklas, Digga, das weiß ich doch. Ich bin... Was? Doppelgang. Was? Ja. Boah, Alter, erschreck mich doch nicht so. Was hast denn du hier für Konfetti, Digga? Digga, das ist Snowflake. Du bist ja... Deko. Guck mal. Du bist nur aus Deko. Böö. Seife und Sinn ist doch cool. Ich hab Bogen, ich hab Bogen, ich hab Bogen, ich hab Bogen. Ich hab... Oh, das war knapp. Oh, unten ist eine Leiche. Oh, das war knapp 10. Ähm, 1,5. Ich bin bitte, ich bin bitte normalen Namen ansprechen, die verwirrt mich. Das ist Tantyro. Das ist Tantyro. Das ist Tantyro. Blau ist T-Shirt? Oh, Alter, der wird mich. Ich bin... Ich bin Patrick Star. Keine Ahnung, sieht so aus, ja, so ein... Ah, ja, okay, das kann ich mir aufmerken. Hier, guck mal wirklich, pass auf, ich zeig dir. Ich bin ein Seestern, Seestern, Seestern. Ja, ganz unten. Läuft der Tantyro. Der ist der Tantyro. Das sag ich dir doch nicht. Sauberkollett, Sauberkollett. Das ist, äh, wupp, 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 wupp. Ah, okay, ja, den hab ich auch. Ja, ich hab alle, äh, Gesten hier getroffen. Äh, ich nicht. Ich bin so armen. Ich hab keine Ahnung, warum, aber irgendwie verschwinden bei mir irgendwelche, äh, irgendwie die Mother Mystery Coin Star. Oder diese Coins halt. Keine Ahnung, irgendwie... Ich hab hier alle Kosmetik, in meiner Müsse. Ich bin hopp los. Oh, perfekt. Dafür hab ich noch nie einen anderen Modus auf Hypixel gespielt, bis auf Partygames manchmal und Bildbattle. Alles andere hat mich nie interessiert. Nee, es kommt. Nee, 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 nee. Ah, hello. Lass mich. Dafür hast du den Fallschluss gehen. Ich hab meinen Namen wieder vergessen. Nesko. Ja, Digga, ich hab... Ich hab ein Kurzzeitgelegnis gefühlt. Ich hab auch ein Fliegengedächtnis. Schreib's dir auf deinem Bildschirm, das siehst du's immer. Hi. How are you? Nice. Ja, me too. Der flirtet mit Nesko. Wo, wo, wo? Als ob er mich nicht bekommen hat. Er hat mich nicht bekommen. Hä, hat er dich nicht gesehen? Ist er blind? Mein Skin ist einfach zu geil. Nein, das würde ich bei Nesko... Oh, ich bin jetzt in den Tod gesprungen. Ich bin so nepp, ne? Tja. Oh mein Gott, hab ich mich gerade schraubt. Also, ich bin tot. Ey, Fuhuun, du liegst auf meiner Taste. Rutsch mal. Yeet. Sind alle verreckt? Niklas? Ja. Ich bin in dir. Der Mörder sendet ihr auch. Ren. Ach, das ist der Mörder? Ich glaub, das wäre ne Schaufel. Ach, das ist ne Schaufel. Gut. Alle tot? Ja, okay. Ja. Zehnprozentige Schuss für Mörder. Und ich fand ich einmal Mörder. Ich hab fünf. Ich setz mich hin. Hör auf, Ingame zu reden. Ja, komm. Mit deinen Dressgepaten-Sachen. Alles mit Labycoins, ja? Guck mal, ich hab sogar einen in Mutting, der kann man richtig falsch denken, oder? Ja. Man ist hier's nicht. Warum? Weil, die ist nicht sie. Nesko-chan! Ihr habt doch alle Laby gemacht. Nö. Ja. Ich nicht. Außer Niklas. Weil, Außenseiter. Ihr verwirrt nicht. Nesko. Nesko-chan. 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 Oma, ich bin nicht geraubt. Nee, ist gut schon. Alter, weil mir leck das Game. Echt? Nee, ist gut schon. Oh, meine Güte. Ich hab auch eine Güte. Meine Güte. Oh, Mann! Alter, Mann! Junge Dame! Oh, das ist so mobbing, Alter. Ich gleich erleichter mein Skin, Alter. Nesco, nein! Nein! Lass unser Weep sein, darf sein. Hast du sie verloren? Ach, der ist ja! Hinter uns! Nesco! Mama! Gell! Nesco! Ist der dumm? Wir haben ein Baby! Darling! Ohio! Wir haben wirklich ein Baby! Wo seid ihr? Das geht, äh! Im finalen Chapter sind... Wir haben hier das Baby! Das geht, äh! Ich bin dein... Du bist meine Wife! Oh, Gott! Hey, nein! Hey, nein! Hey, nein! Hey, nein! Hey, nein! Ich will nicht mehr! Mama! Mama! Wo seid ihr? Ich hab sie verloren! Scheiße! Ist aber schlecht! Oh! Du bist über mich gelaufen! Du bist gerade über mich gelaufen! Oh! Warte, warte! Geh zum Fenster! Genau da! Du kleiner Hurensohn! Du kleiner Hurensohn! Warte, da muss es ja... Der weiß... Irgendeiner von den weißensten sein, oder? Wir können natürlich auch Privat-Games spielen! Nö! Nö! Oh! Witziger! Erschreckt man sich mehr! Äh... Robin! Aus! Du bist Mörder! Ja! Nur weil ich so ein Skin-Up habe, oder was? Ja! Du machst immer Halt! Ja! Ja! Du stimmst immer rein und tötest einfach jeden! Weil es die Scheiße hier alles ist! Nö! Es geht sein! Ich hab mich verschlägt! Jetzt für euch alle! Nö! Es geht sein! Ach so! Du kannst es jetzt jemandem geben! Dann hast du denen das geschenkt! Alter! Wo bist du denn? Haha! Du bist irgendwie in der Wand bei mir! Bist du Niklas? Oh mein Gott! Du bist da unten! Ja! Ich bin da unten! Wann kann ich unten hin? Ja! Ich bin unterm Eis! Was? Ich kenn mich aus in der Map! Ja! Ich weiß, dass man da runterkommt, aber ich weiß nicht wie! Ja! Sag ich dir auch nicht! Außer du bist bei den Esko! Was im Maul? Haha! Was? Was? Wen sagst du's nicht? Wenn du mit mir zusammen nach dort unten möchtest, dann zeig ich dir wie das geht! Ja, gerne! Nächste Runde! Nigi! Du bist 15! Ach so! Nee! Nicht so tun! Ich hab es jetzt auch nicht! Oh, Dega! Aber steht! Ich hab dich auch schon gefragt wie alt du bist, ne? Nee, das ist nicht! Ich hab auch gesagt 15! Ja, stimmt! Ey! Jetzt beruhig dich mal! Tänizio! 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 Nee! Ich freg mich um! Ich freg mich um! Ich freg mich um! Helna! 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 Ihr seid nicht mehr hinter mir! Ach du Scheiße! Dings ist Mörder! Äh, nee klar! Das hatten wir vergessen! Das ist eine schöne Sache! Ich töte sie alle! Ich töte jeden, der hier ist! Auch mich! Heldo! Das weiß ich nicht! Da musst du zu mir kommen! Da kann man gucken, ob ich dich umbringen! Mich sieht man nicht! Also mich kann man nicht töten! Nee, danke! Kannst ja mal zu Colin gehen! Der ist dein Freund! Oh, ist ja noch schlimmer! Ja! Ja! Der ist rotes Gold! Nee, aber es ist schon eine Lache! Inuska, du bist Schwein, ja? Ich zeige dir jetzt den Seestern! Bist du bereit? Ja! Ich bin ein Seestern! Ich bin ein Seestern! Ich bin ein Seestern! Ich bin ein Seestern! Seestern! Ich bin ein Seestern! Ich bin ein Seestern! Wo bin ich hier gelandet? Ich bin ein Seestern! Gebt mir das Gold! Nein! Nein! Kann ich mit euch den Colin? Ja, die schlitte Colin! Die schlitte Colin, ja! Füße ihn in die Arme! Die schlitte Colin! Der drückt keine Luft mehr! Geil! Ich wüsste nicht, ob mein ich die schlicke! Meine Fresse, Alter! Geil! Oh, ich weiß den Colin! Der ist doch! 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 Nick hat das Mörder! Nick hat das Mörder! Weißt du, was wir die ganze Zeit gemacht haben? Jedes Mal, wenn sich jemand in der Zenitsu genähert hat, hab ich ihn auch geschlachtet, währenddessen er Zenitsu angeschaut hat. Und Nesco! Oha! 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 Ich krieg auf die nicht, Alter! 6, warum der Bumm ist sich nicht für das? Was hat er gemocht? Der hat sie nicht so umgebracht! Dieser komische, äh, weiße, äh, hässliche Skin. Dürfen wir uns gegenseitig umrücken? Dürfen wir uns gegenseitig umrücken? Dürfen wir uns gegenseitig umrücken? Der hat ihn umgebracht. Das kommt tut mir leid, es tut mir leid. Egal, du kannst mich mal! Nee, es geht sein. Digga, das war grad zu legendär! Ich muss das, ich muss das speichern! Kann man das irg-, oh, warte! Oh, warte! Oh, warte! Alter, du hast mich grad zuerst! Ich hab einen Pro-Aim! Ich hab Pro-Aim! Ja, sie ist ein Dämon! Oh, ich... Ich hab... Es muss doch nicht sein! Digga, das war grad zu legendär! Nee, ist gut dran! Oh, nee, ist gut dran! Nee, ist gut dran! Nee, ist gut dran! Also, da hätt ich streamen müssen, Digga! Nee, ist gut dran! Ich schwör, ich hab... Es war zu geil! Wir sind Oberneu mit nem falschen Kopf! Was, Ober, was? Nein! Er heißt so... Ach so... Ein Oberneu mit nem falschen Kopf! Digga! Der hat's falsch geschrieben! Der hat's falsch geschrieben! Der ist... Der hat's falsch geschrieben! Der stimmt! Digga, der hat's schwer so geht! Woher weiß ich dann mein Disco-Norman? Alter, das hört sich an, wenn hier so Vögel bei uns im Hintergrund fliegen sind, weil... Vögel züchten und die sind nachts aktiv, Alter! Wer von euch beiden wird zuerst sterben? Der heilige Geist! Der da, der da! Ich zeig auf euch! Ich zeig euch! Ich zeig euch! Ich zeig euch! Ich zeig euch! Er muss sterben! Er muss sterben! Er muss sterben! Er muss sterben! Er ist Michael Jackson! Er ist Michael Jackson! Er muss sterben! 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 Er muss sich rote Augen machen! Was machst du mit dem rote Augen? Nein, er muss sich rote Augen machen! Dann ist das so Jackson! Dann ist das Michael Jackson, Digga! Oh, wieso Netsko? Danke, Netsko! Das ist doch mein Ding! Oh, du warst nett! Eier, wie viele stehen da bitte? Nein, ich schieße dich auf ihn! Ich schieße dich gleich ab! Ich hab Mörder gesehen! Ich hab das vorbeigeflipst! Come take's, Queenie! Oh, Digga! Okay, okay! Wo ist die denn los? Komm her, müssen wir noch richtig hinstellen! Hier reicht noch wieder! Fringe, Alter! Das ist zu grün! Ach, meine Fresse! Digga! Oh, lange so kalt! Lange nicht mehr so ein Lachflasch! Und du kennst mich gerade noch seit ganz kurz! Ich weiß! Digga, deine Lache ist einfach ansteckend! Ich hab dich eingeladen! Yeah! Geil! Digga, und wer ist jetzt Mörder? Ja! Oh, kein Schweinwissen! Ich hab die falsche eingeladen! Jamoil! Jamoil! Warte! Lotta yamaisa! Warte! Das ist auch der Jutsu, naja! Ja! Ja! Jetzt hat... Digga! Er denkt nach! Er überlegt! Stellt sich nicht sicher! Er hat mir eine Freundschaft von Froggy geschickt! Alter! Er ist aber auch nicht beigedreht! Ich hab ihn noch mal ein paar die Anfragen! Vielleicht hab ich das nicht gesehen! Ja! Dauert noch! Dauert noch! Das dauert ja! Oh, Mann! Ja! Ja! Ich hab feines Schmerzen gerade! Tschüss! Aber ich muss gleich kotzen! Naja, same, Alter! Auch, Robin! Kann ich frisse! Was hockst du nicht deinen Sekt? Was? Was hockst du da mit? Digga, Colin! Ja, das darf nur den nicht suchen! Was darf ich? Das, was Colin hat gemacht, der weiß ja genau was! Ich will das! Ich will das! Sneak, 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 sneak! Oh, Dega! Ich bin in der Nähe geguckt! Nee, Skit-Chan! Wo bin ich hier gelandet? Ja, Skit-Chan! In der Geile! Heee! Skit-Chan! Du wirst jetzt erst mal reiser gestellt! Zorro! 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 Wo Zorro? Wo Zorro? Was Zorro? Hier Raum! Hier Raum! Hier Raum! Zorro! Zorro, hier rein! Hier rein! In Olga, hier drin! Zorro! Hä? Warte mal, warte mal! Ich glaube mal unten, oder? Ja, unten! Irgendwo! Hier, hier, hier! Ja, hier, hier! Zorro, Zorro! Äh, warte, hier drin! Hier drin! Hier drin! Zorro, Zorro, Zorro! Dir ist zu, Leute! Jetzt kommt kein... Hä? Wo denn? Ich find's nicht! Wir haben Klauze! Wir haben Klauze! Ey, ihr Bois! Es ist Oka! Hey, Skutzer! Hey, Skutzer! Wer ist das eigentlich? Hallo! Hi! Hi! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Die Runden zulegen, der! Das ist ja geil! Wie lege alle! 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 Ich muss mir kurz was zu trinken! Sonst hab ich's gleich! Sonst werde ich gleich meinen Hals! Wir waren alle auf einem Punkt! Im kleinsten Raum auf der Map! Zorro! Digger, nur wegen Zorro! Oh, Digger! Der hieß doch Wrenz, Zorro! Ja, ich weiß! Oh, Digger! Zinizo, bist du? Ich bin... Zinizo! Ich bin mein Nesko! Ich bin mein Nesko! Ich bin mein Nesko! Neski-san! Ich bin mein Nesko! Bei oder in Nesko? Ja, das ist ganz richtig! Ja, das ist ganz richtig! Okay! Oh mein Gott! Und der Erste, den die Sieder tötet uns! Oh, Digger! Wer ist das? Wer ist das? Der Slow Potato! Der Slow Potato! Slow Potato! Steve hat Steve getötet, Digger! Der Slow Potato ist bei diesen... Ist in der Mitte! Ist in der Mitte! Ja, 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 ja! Bei diesem Jump den ganzen Zellen zu auffassen! Du bist tot! Du bist gleich tot! Du bist... ...tot! Ich lieg schon! Steve hat nicht gecheckt, dass hinter ihm jemand ist! Das ist Steve! Digger, ist ja dumm! Oh, voll gegen mein Monitor gespotzt! 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 Der Steve war aufpassen, Robin! Welcher Spass hat mich ungewohnt? Das ist aber kein Steve! Das ist aber kein Steve! Das ist aber kein Steve! Mir ist das so ein gelber Skin! Das ist kein Steve! Oh ne, ich lieg neben mir! Hey, bei mir ist das Steve! Mir ist das kein Steve! Ich lieg neben mir! Ich hab vor dir getanzt, du löde Kuh! Ich war grad trinken wollen, du Honk! Sonst wär mein Hals gerade verreckt! Bum! Nein! Oh mein... Was! Oh mein was! Scheiße! Next round! Next round! Scheiße! Alter! Die Cowboys! Was! Da hieß gerade irgendjemand Kau... Oh, da ist noch jemand! Lady Mode! Wusst der? Hat der auch... Kitty Lover! Oh mein Gott! Der geht dieser Name! Oh mein Gott! Ah! Kitty Lover! Kitty Lover! Er ist Pussy Lover! Wo ist die? Wo ist die? Ey, der steht auf Pussys! Hi! Hi! Inuski! Hello! Inuski Senpai! I like Pics! Oink oink! Hey! Wie redet man? Escape! Äh, du musst ne Taste... Du musst ne Taste auswählen! Äh, und wo geht das? Du musst sein, schon überleggen! Äh, du musst Navy Mods äh, voice... Warte! Du musst auf ähm, Addons gehen... Ja! Und dann voice chat ein... Ich hab dich geschickt! Ich hab meine Rolle erfüllt! Voice chat hab ich sogar! Aber ich weiß nicht... Wie man das einstellt... Dingebellt! Das ist ein bisschen spät, muss ich sagen... Ich belle bei dir gerne! Dankeschön! Ja, siehste... Ich hab mich zwischen dir gestetzt! Will ich mal Anime genauso machen! Ähm... Ja, moin! Ich war Detective, aber scheiß drauf! Äh... Jaaa... Nein! Ich war den... Ey, Digga! Warte mal, jetzt will ich... Jetzt will ich schauen, wie... man das macht... Ähm... Hat der mich abgeschossen? Levy Mod... Ach ne... Ich wurde von... Ich wurde von... Weiß schon... Wer ist das? Wer ist das? Menü... Wie von... Äh... Weiß ich nicht! Du Homo! Ich bin tot! Addons... Sticker... Muss auf Addons gehen! Ja... Ich hab das ja schon installiert! Ich hab das ja schon installiert! Ja, dann mach! Du musst neu starten, du Hon! Ich hab das schon ewig! Du Idiot! Ja, dann geh halt auf... Äh... Oh, Leute, ich hab's gesehen! Vogel V! Hallo! Ja, ich hab's auf Y... äh... Wir sind alle tot! Löl! Ja, ach ne... Mein Name ist... John Cena! Günther! Günther! Guten Tag! Günther Lau! Niklas! Ja, bitte! Mein Schätze! Ja! Warum hast du... Warum hast du keinen Levy-Mod? Ja, weil ich keinen Levy-Mod hab einfach! Das ist geil! Ich find's auch noch, dass man da seinen Fun-Cross auch individuell einfach gestalten kann und so... Ja, du hast du kein... Ja! Nee! Nee! Nesko-Chan! Nesko! Süße Nesko-Lein! Nesko! Sieh's bei der Brücke, wo man die Brücke wegmachen kann! Süße Nesko! Ich spring freiwillig runter! Süße Nesko! Ich tanze für dich! Nein! Bitte! Ich mach auch den Seestern! Warte mal! Jetzt geht's los! Uh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer ist es? Ein Mädchen irgendwie? Von keiner Ahnung! Oh mein Gott, Digga! Riese es! Irgend so ein weißer Mädchen-Skinn, so ein blau-weißer Mädchen-Skinn! Ich bin so eine Mädchen-Skinn hier! Das ist so... Warte mal... Ähm... Ich glaube Clitty oder Nose? Nose! sie war kurz davor mein pc neu zu starten weil sie auf den klopf gekommen ist jetzt weg ja ich habe gesagt meine kürze oh mein gott weiß ich darf ein bisschen neu starten mein gott was ist los warum ich sage vorbeigelaufen ja ich war ich habe mich kurz hinter dem komischen dinge versteckt bei der brückeneingang ich habe mich nicht gesehen ich kann natürlich jetzt wenn es gegen ende dann werde ich nicht mehr abgaben dann wäre ich will es ist das amtsamt gefuckt ich will es gar nicht wissen ich bin wieder dabei ja mein stadt ist schon ja ich will die runde erstatten wenn du online bist weil da müssen wir in einen tag so mit den einen tag so mein vater kommt aus dem wohnzimmer singt so jalla jalla also jacob jalla mein vater wird irgendwann auch türkisch ist kommen vom deutschen zum türken das war ganz einfach wenn du die straßen anhörst ganz schlimm sind die leute die sich meinen so eine nordische uhr auf die stirn zu klatschen oder auf den kopf bist du da drinnen ja super Ich hasse mein Leben, Alter. Lass sie umkreisen. Gieß in ein Eck. Scheiße, die rennen weg. Sie hat... Sie hat... Mama! Oh, fuck. Deine Mutter ist tot. Ach, die ganze Familie ist tot. Außer du. Ey, Nesiko. Ich bin der einzigste Überlebende aus der Familie von uns. Ich kann hier richtig auch mitsterben, ich hab keinen Bock. Ich stell mich jetzt einfach hier hin und tanze. Warte, ich stell mich hier hin und tanze. Ich tanze einfach. Oh, da hat sogar noch einer Lamey, Mann. Niklas, lass von dir. Nadja, ich tanze. Hey, ich heiße der Mörder. Warte, Niklas. Na da, da bist du. Schau mal, und da ist... Nein! Ähm... Ich wurde verbrannt. Ja! Ich zeig... Ich wurde verbrannt. Ja! Soko! Boah, da war da eigentlich ein komischer Flamskin da, dieser komische König. Ja, okay. Flamskin da, Flamskin, ja. Beste Flamskin. Ah, mir fehlt die Musik, deswegen. Ah, mir fehlt die Musik, deswegen... Nesco! Nesco-Tan! 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 Nesco! Nesco! Da! Nesco-Tan! Wo bin ich gelandet? Nesco-Tan! Ich hab grad Alter 4 gedrückt! So boah! Meine Fresse! Ihr müsst aufpassen! Ich bin so dumm, ich wollte F5 drücken! Ich hab Alter 4 gedrückt! Ich hab Alter 4 gedrückt! Inuske! Meine Fresse! Wo ist mein Handy? Oh, es liegt auf dem Boden! Perfekt! Hey! Mach's ab! So aufpassen! Bogen, ja! Das Daki! Darf ich dir umnieten? Umnieten! Ja, lass uns nehmen! Darf ich jetzt nehmen? Es war die Detective Digger! Wo ist der Bogen? Ach, die hab ich jetzt auch los! Ich geh mir glaub ich gleich was zu fressen machen! Mach's dich platt! Du Mörderplan! Dir! Lul! Ich doch! Hast du's gut gemacht! Niemand weiß was ich getan hab! Oh! Einfach jemand umgeworfen! Oh! Weil Jenny nicht online ist, geh ich sofort wieder online, du blöde Kuh! Ich komm doch! Ich hab grad aus Versehen alt, der viel gedrückt! Ich hab grad aus Versehen alt, der viel gedrückt! Die kann aus Versehen, die kann aus Versehen passieren! Nein! 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 Ich habe eine, ich habe eine Taste, das ist Better Perspective! Wenn du die Taste halt drückst, also ich hab die halt auf alt, kannst halt um dich rumgucken! halt komplett um dich rum! Du kannst, äh, von deinem skin seitlich sind und alles! Und dann habe ich halt anstatt F5, äh, F4 gedrückt! Bist du einfachμάst, einfach dumm! Also ich... also wenn ich meine Hotkeys machen kann, mache ich anstatt F5 auch alte 4! Ja! Wenn ich mich sehen will... Wo machst du denn? Weil... weil auch... Hauptsache... Halt euch eure Fresse! Halt euch eure Fresse! Alte 4 oder alte 5 ist ein großer Schlitz Dopp inzwischen! Wie kannst du dann, wie kannst du dann, äh, 8 Drücken? Lass mich doch! Jetzt lass dich in Ruhe! Ich will hier kein Mobbing haben. Wo soll die hier? Ganz um. Wo ist denn... Zinni zu. Hey. Ich mach die ganze Zeit parcours. Hey. 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 Die drei da. Oder die... Vier. Fünf. Das ist blöd. Oink. Scheiße. 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 Ich hab was. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, was ist lauf? Ist so ganz cool. Robin, weißt du, was gar nicht so interessiert ist? Ich spreche unter Töten. Der Detective... Das sieht irgendwie falsch aus. Robin, der Detective wollte dich töten. Weißt du, was er macht? Er... Er... Also... Zenitsu läuft dahin, wo Nesekolak und Zenitsu bekommt die Schuhe in die Fresse den Schuss. Also ich hab falsch getötet, deswegen muss ich mich grad umbringen. Das sah richtig falsch aus, wie... Er hat sie nie zu so den Headshot gegeben wegen dir, Robin. Tut mir leid, ich wollte eigentlich... Ich hab die Falsche getötet. Bin Detective, 200%. Schade. Ich geh mich umbringen. Ich hab 11% Mörderchance, ich bin inner. Ui. Das Leben liebt mich. Oh Junge, es leckt wie scheiße. Es leckt wie scheiße. Ne, Serzern. Ne, Serzern. Ich stell mich jetzt einfach hier oben in den Rüstungsstellen, so. Hi, was denn? Uh. Ja. Weißt du, was ich noch habe? Einen... Einen langen Schwer. Ich habe Meeresfrüchte. Guck mal, ich bin ein Seestern. Wup, 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 wup. Wup, wup, wup. Oh Mann, wie geil. Digga, ich hab dieses doch mal... Wie heißt das nochmal? Das ist... Wup, 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 wup. Oh mein Gott, ja. Wir müssen das mal gleichzeitig machen, wenn man ineinander steht. Okay, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Das ist zweite Reihe, das ganz... Habs, 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 habs. Sag, wen wir loslegen können. Mach einen Counter nur so. Ja, kann, kann mir. Mach du. Drei, zwei, eins, los. Wup, 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 wup. Ich war geil, den bleiben singen. Ich habe euch gerade zugeschaut, weil ich tot bin, Digga. Oh Mann. Ich glaube, Actis ist es, Actis ist es. Ich schütze mich. Ich glaube, der... Er hat mich geduldet, der Wichser. Digga hat die Flieger-Skin. Pass auf, das war über euch, ne? Eins über euch, da wo man die Leiter noch geht. Wer kommt da runter, geht an die Leiter? Sauber. Nee, Suki-Chan. Nee, Suki-Chan. Hat das Spiel gewonnen. Was ist, Spaß? hat das spiel gewonnen ich habe ihn abgeschossen und was nicht direkt ich hatte aber morgen das ist immer wegen dass man den immer ein ehren das ganze schnell ändern ich bin nicht so entweder sei un ja dann haft zu ihr oder wir schauen keine ahnung ich könnte aber spaß alle meine das meine armbänder die darf ich nicht abmachen ich habe diese armbänder jetzt mindestens alles gut langsam lerne ich die namen das dreams gehen und er hat mich getötet auch so ein das ist gut ich glaube nicht toll gut das wäre hat sich verwandelt ich glaube ich sollte mal von der straße und war er ist nicht tot ich verwirrte mich dreams gehen ist es der ist der genau war ich jetzt weil sie nimmt so und der grüne ist der grüne knallgrün ist ein baum das ist ein wenig getroffen hast na bist du der dämpfer dort deswegen ist es ja auch so schlimm er kommt hätte mich du wichser schreibt noch im chat my dreams geben ich hab voll schiss gerade bei hände komm jetzt komm jetzt wir müssen die besprechung machen das darf niemand hören dieses video taifung nein lass meine die besprechung ich bin hinter euch also unsichtbar ich bin nicht da lul jub mich oh mein gott erschreckt ne der dream also der dream verfolgt mich mama wie viel gold hast du null scheiße hast du einen bogen nein untergelegt gold ja links und rechts links und rechts ich hab aber was anderes cooles und jetzt ist noch eins gespawnt mein gott ich hab sechs gold wow ich bin gold zu gut raus ist wieder gespawnt sieben ich hab sechs acht neun zehn haben ich hab noch mal das noch mal zwei gespawnt unten ich bin der retter der retter in der not weil ich gucke und der dream ist die männer kommen jetzt kommen jetzt kommen jetzt in der mittel in der mittel straßen mitte straßen mitte kommt richtig für euch wir werden jetzt an alle drei wenn er zu uns kommt und genau da genau da genau da genau da genau da genau da also ich bin ich bin doch nicht wenn ich jetzt wegen dir sterbe konnte wenn ich jetzt wegen dir sterbe konnte dann ist er so hasse ich dich dafür mein leben lang ich hasse dich mein leben lang wegen minecraft freundschaften bin ich hatte immer noch nicht gesehen ja aber ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch nicht er hat mir schon mal gesehen wo meine leiche liegt neun neun hat er mit dem Fressen im Mund um die die zu Ruhig und die zu die zu ich war mein Förder wenn mein Vater an mich gehört Teeehne die alle anderen alle anderen und die jetzt hier die Mäste kann man doch tanke lehrt dreams gehen in der Karriere so wie das passiert ist Prozent in der Klinik der Lärmste auf ein Ballet das Ende der Aten Prozent er hat es hat einen Punkt und es geht das hat der Appetit den Kopf und pink-blauen Kopf und sichern die Optimus mit dem Wechselbruch und wir alle tun alle zwei ich glaube dahin wo die meistens sind auf einmal wenn ich tot ich hab mich einfach getötet ich bin so was von jungen ich werde nie ich hab 10 prozent schon als stärker stärker gute arbeit ich mag wie du sagst du ja mann in den guck mit dir noch weiter mir wird schwindelig alle so schwindelig ich habe es nicht so du musst wissen er hat abends absolute voice cracks das habe ich gehört Ich kann halt entweder, äh, kann ich die selber, äh, gewollt machen und manchmal halt auch wirklich, ich kann es dann nicht gewollt. Oh ne, wer ist das? Das finde ich ne Frechheit. Haha, du Wixxer. Meine Ohren, das ist gut so. Ja, ich krieg auch selber das. Ich glaube das. Oh, ich glaube ich krieg Fieber bei euch. Warte mal kurz, warte mal. Gibt's Fieber? Ähm, wo war das jetzt noch mal, warte mal. Mach chill. War das hier? Ja. Ähm, ich schwör, ich krieg gleich um mich, ich weiß nicht. Sieg ist zerengend. Ach komm, mach mal dieses Kälte-Dingens. Mach schon Ding. Zack, zack. Mach du jetzt. Sind die einzigsten? Nesko. 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 Lass mich jetzt rinken. Ich bin dabei. Ich hab'n Sie Nesko. Ich bin wieder auch schon dabei. Als so Zenithu, das ist eher weniger gut, wenn du im Wasser bist, Digga. Wir können alle unter Elektronik leiden. Perfekt. Nesko. 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 du bist einfach an jemand vorbeigelaufen digga hat deine fresse hat der gott wie dumm ist man genau und recht auch noch was recht so wenn die runde kuss erschrocken ist totes opfer piano bei bogen piano der eine stadt hier haben jetzt eine eine lösse geige schreiben ich kann nicht ganz sagen wo die stehen also der eine ist bei diesen rüst über diesen saal ein rüstungs ständer drin als in ein rüstungs ständer ist er bei diesen thron aufpassen weiter gerade ausgewertet der eine läuft die ganze bei ja genau da genau da aufpassen meine kräfte aus keine ahnung aber geh mal dahin wo du zuvor warst wo dieses wasser und so nachgestellt wurde dieses drecks jahr halt um ein hintergrund pass hat perfekt zu m dinge mobbing bist du gerade geht einfach gerade aus dann links na ich weiß ich weiß ich kann wahrscheinlich da jetzt raum oder hier doch gerade aus und dann links ich weiß gerade aus und dann das allerletzte theater wenn du dann rechts rein gehst hinter den ofen ja genau da genau dahinter sauber der letzte ist in der in der andere auf der genau anderen seite der eben mit dem bogen du musst du musst da wo das wo das zahleingang ist kommen ja ok oh mein gott alter was der rennt der rennt der zählt wieder auf dich der zählt wieder auf dich daneben der rennt der rennt so weit wie der ist günstig wächter seine wächter bestimmten meisterpropfen zählt wieder oh mein gott oh diga ist ein sweati sweati er geht geradeaus weiter zählt wieder oh mein gott oh mein gott warte mal so welche kann ich aber auch nicht immer aber ich kann halt auch treiben so los ich hab Hunger ja ja nee ok ich war mörder ich gebe mir jetzt was zu ja ja mörderin ach komm ich nehme auch ein goldenes schwert weil ich ein krasser flexer bin wie kann man das ändern erzählt mal ähm geh zurück zur lobby ja ja bitte dann gehst du einfach an diesen händler vor dem eingang vom tor also bei mörder oder du himmst einfach den smaragd und klickst auf den bogen hast du meine kosmetik so kannst du auch da geht's auch lull messer dingens aha 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 danke 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 und ich ich habe warte mal 1 2 3 4 5 5 stück ich habe den pfahl zerkauter busch Rudolfs Lieblingsessen holz und Goldschwert äh ja ich habe das normale Schwert ich bin ganz krasser Gangster hey du musstest doch das VIP Goldschwert noch haben Herr Steinschwert würde doch passen zu Inuskel das normale ist ein Eis und Schwert Ah Eisen passt doch eigentlich Inuskel Eisen aber man kann das ähm Chico Schwert also auf der nächsten Zeit ist es ein Steinschwert kaufen ich sehe es ja für 5k aber ich habe 73k Standard hallo man ist hier Schwert kann man leider nicht kaufen öh warte mal zu ziehen was passen zu Tanchiro ein Stock oder das Holz soll ich das Holz Schwert oder das ähm den Stock kaufen Holz Schwert habe ich schon hallo 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 wir gucken uns grad an ja hallo 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 wie gehts hier so na gut na gut hallo hallo ich ja 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 schummel das ganz klar ein dämon ganz klar dämon jetzt ist dann schon ich dachte schon das ist so wenn macht deine hose und so da musst du auch sammelstücke dadurch diese anzüge als die hose dann auf das rote durchgestrichen fertig aber sagen feuerwerk junge glaube ich noch ein tram obwohl habe ich das trampolin die zeuge ach du scheiße was war das denn gerade ich habe ja schon raketen oder mal das habe ich auch warte 20 sekunden ich habe auch eine rakete auf diesen popper auf diesen hopper ein keks alles klar ich kann den boden ich kann mich in der kuh schwein oder obwohl lohn verwandlung die lue ist hallo das ist ein zweiter in uskel was hier passiert warte mal wer bis wer ist der echte los jetzt wird auch das wird noch eine senizu hat ja keine lache Digga! Alter! Du trägst Wasserkocher, Digga! Ich schwache! Digga, aufzulassen! Du streckst mich an! Ich bin da sehr fressiv! Ey, komm los! Schulde den an! Digga, schulde den an! Schulde den an! Du... 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 Ja, Chels alter! Chels, komm in unsere Lobby, komm in unsere Lobby sofort! Bis zu... Awww Ach so! azione DENED ZUF! Jaaa! Ich geh da wirklich alles rein! Ich geh da wirklich alles rein! Warte, Typhoon hier! Digga, ich lade jetzt einfach an! Digga, ich lade! Hör auf zu lachen, du kleiner Hund! Ich mag solche Lachen! Die sind so ansteckend! Ich bin verloren! Ich bin verloren! Ich bin verloren! Hör auf! So eine dritte! Meine Gülle! Warte, warte, wo ist denn die? Durchgezogen! No, sie ist weg! Doch, nur... Na, die sind nicht weg! Aber die steckt! Der eine steht neben dir! Der eine steht neben dir! Der stimmt! Ich hab' ihn! Ja! Ja! Wie hieß er? Wie heißt er? Doto! 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 Hatten wir denn einen nicht vorhin in der... Nacht? Äh... Nacht... Ah, easy! Ah, easy! Was leg in dem! Ja, komm! Ja! Er ist beigetreten! Hey, aber jetzt wird noch 10 nicht so... Lagun, warte mal... Boah! Alter, du bist so gierig! Ich zeig's nicht! Wo du bereits... Ja! Er ist in der! Let's go! Warte, was? Slash p? Äh, p-chat? Let's go! Mira, uff! Grazie was ihr is NC! Halter, auf zu lachen! Wer drauf lachen! Komm, let's go! Zuck! Nein, dein Mörder! Nicht zwei Tanzmanus, zwei inuzuge und zwei inuzuge, cuarto. Let's go! Du farte, nimmTR! Ja, das rrrr... stelle ich war eine eine komplette runde mit ja wie heißen die und die würde ich eher als freund wer ist jetzt mein freund aus ich bin dann ich bin ein bruder also hast du eine neue schwester ist einer davon in deutschland untersucht wird in der direkte diskussion auf mich wird gezielt von pinkies gehen ja okay es gibt ein ding ans unterschied du hast ein cape und internet ja und ich bin schöner ja du dein skin ist besser als der von den anderen mit krone kommt zu euch ganz ist ganz typ kommt ich sehe ich sehe der da der da der da der anruf ausmord machen als er Bock hatte nimm doch nicht sagt er gehört nicht dazu ein sohn der nirgendwo ich weiß wer jeweils wird ich weiß und haben wir haben sollen kronen allein weg ja danke NachtTV hat's gemacht. Seifu, nein, du hast genug. Du hast genug, du fress-verfressene K***. Digga, sowas ist natürlich absolut geil, aber sowas hat man nicht alle Tage ohne Scheiß. Ja, das ist schon witzig. Digga, einfach so von jedem die Kopie, außer von Ness. Digga, wir sind einfach zu Sex und wummsen alle Ness. Vor allem, vor allem die anderen Leute, die haben die gleichen Skins wie wir, nur in Hess. Ja, wir haben einfach die geilsten Skins. Ja, moin, der direkt, der foto direkt. Deswegen kann man uns auch gut erkennen. Äh, Lul. Why you're wearing a Tanchiro skin? Why not, Lul. Nein, ich glaub, der mit Slime-Kopf ist, ja. Ja, Slime-Kopf. Ja, Slime-Kopf, hässlicher Lappen. Ey, ich hab den früher auch. Aber ich weiß, dass ich hässlich bin. Tschüss. Das war Boyz-Krypt. Tschüss. Ja, Deck-Angeln. Ein Wunder, dass Kabel nicht dazu gesagt hat, und mich noch nie... ...schaut. 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 Digga. Geil. Ness, hast du disconnected. Nein! Er hat betreten, gut. Nein, er hat die Party verlassen, der andere. Verlauern die Risiko. Nein! Die haben alle die Party verlassen. Warst du Lappen? Ja, schade. Egal. Immerhin bin ich nicht mehr weh. Jetzt wirst du dich mehr vor... War ja noch 6 Leuten geboomst. War ja noch 6 Leuten geboomst. Oh, Helena. Jetzt wirst du dich mal von 6 Leuten... ...sondern nur noch von 3 Leuten. A-B-B-H-E-D... ...ạnhö�-B-E-D... ...tsen hag...? D-H-邪... ... chronische recapt... Hast du ein wenig abgenommen? Ehey. Eheh. You see? D-Y-Yin ist fetter als sie nie zu nässe kurs bist du hin wenn ich dich jetzt umbringen weil du mich umgebracht hast aber ich bin genauso dick wie du das spiel verlassen findet du mich weil du mich abgeschossen hast ich wollte ich doch nicht wenn ich abschließt aber stell dir mal vor ihr werdet abends wach und euer untermieter macht so welche geräusche in den kleinen raum hat mich als dieser rainbow leimpein dieser rainbow typ genau da bin ich gestorben kam also kann man du bist tot und das ding ist ich würde einfach runter gehen zu dir und einfach mit lachen ich würde mir zu dir einfach runter gehen würde ich einfach zu dir gesetzt zu mitlachen ich würde mich einfach runter und zum zutaten ich würde mir scheiß egal ob ich nachts aufwache oder so ich würde mich einfach runter und zum zutaten ich würde mich einfach zu dir gehen und sagen du hast ne geile lachen das geile ist gerade ist es gerade richtig windig drauf vielleicht haben wir so ein fenster und es leicht auf kippt vielleicht kommen daher die geräusche weil vermuten sie es ja gar nicht und es ist halt ein bundesland aber mit ja ja oh mann alter tbk mal auf irgendeine tbk jaa das ist eben oh jaa Colin Colin ja ach komm ihr seins solche wichser wie ist das wer ist der bundeskin kann man das da habe ich gebunden mein hals jetzt weiß wie ich mich weggenommen oder manchmal was für eine lache noch ich habe so viele lachen schon gehabt sehr gefühlt erhalte verreckte lache dass ich die luft angehalten das ding ist das was ich gemacht ist einfach nur weil ich einfach husten habe und deswegen bei der hals zu richtig drücken ist immer wenn ich zu lange lache dann kriege ich voll den kursen warum markierst du weil ich kann du warum keine ahnung warte du hast gefragt warum die markiert hat ne zu ihr gebiet markieren hi ich scroll durch mein inventar niklas wo bist du er ist nicht da lass mal niklas was niklas komm mal in die Mitte da kommt er ja direkt weil du nässe kupbelst du bist du bist dann hier komm mal stell mich da draußen wie markierst du es ist nur der rfk ich praktisch Ich hab mich nicht bewegt! Du willst nicht! Nein! Was bewegst du dich? Jetzt hast du mich traurig gemacht! Lass mal Brot essen gehen! Möchten sie dieses Brot haben? Ich schneide es eben! Danke! Danke! Schmeckt gut! Komm mal mit! Ich verführ sie kurz! Wen verführst du? Nein! Diese Person ist weg! Ich wollte dich verführen! Warte! Du hast ein Pferd! Ja! Das nenne ich Colin! Oh mein Gott! Zenni zu! Das war... Guck mal um ist ein Schneemann! Auf dem Dach! Das ist mein Schneemann! Wie kommt da ein Schneemann auf dem Dach? Da ist es jemand, ja genau. Danke. Ich hole mir den, ich hole mir den. Ich hole mir den, ich hole mir den. Kleiner Hund. Zeni zu, knallt den Nässekorb. Vor allem der Dete denkt, dass du ein Mörder bist. Nein! Ich hab doch nichts getan. Du hast doch nur einen wieder getrunken. Der hat auch gekämpft, der hat verdient. Du, du hast mir nur was zum Essen gemacht. Ich hab den Bruch geschnitten. Der hat mich nur im Brot geschnitten. Mehr nicht. War's lecker? War's lecker? War's lecker? War's lecker? Das war schönes Vollbrot. Das lag bestimmt am goldenen Messer. What the fuck ist das für die Sprache? Das war zyklopliert. Halt die Fresse, Alter. Hallo. Hi. Hi. What the fuck? Das war's lecker. Hallo. Open it. Not me, not me. Why should I talk? What? Die meinen mich damit. Yeah. No. What do you want? What? Yeah, help. Wait, you can't hear me. What? Und der, hilfst du dich mit der? Hello. Mit dem, mit dem Kartonkopf. Hey, ist mein Elmer geflasht? What? No, no, she has no Libby. Ich will auch nicht damit reden. Ich will auch nicht damit reden. Ich will auch nicht damit reden. Hey, Naske ist hier. Er ist hier. Wo ist Naske? Neske? Neske? Neske! 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 Neske, wie sind wir bei den Ruh- in diesem Pfarrerraum? What? Wait, wie kommt's? Wie kommt's? Oh Gott, ich bin ewig tot. Yes. Yes, you come. Der ist Neske. Schleimer. Warte, ich muss mein Voice-Shit einste- Was will sie? What? Yes, sorry. Hört man mich eigentlich, Colin? Ja. Okay. Wieso nur oben am Telefon? Yes, yes, yes. Hört man mich? What? Ah. 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 Okay. You can kill all, but not me, please. Thank you. Miner. Das hat Angst. die mit dem mörder verboten was ist wenn die halbe lobby teams darf ich die abschließen soll ich werde mich umgebracht deshalb recht es war gar nicht er sie hat jemand anderen angeschossen gestorben ich habe das ding aber getötet das ding ich hab das ding getötet äh jo ich geh jetzt aber auf na warum hab ich zwei hier ist noch nicht oh lol wo ist Colin okay also ich bin jetzt erstmal raus noch ok ist Colin noch da eigentlich glaube ich keine ahnung wo der ist also dann tschau ne jo tschüssi so